Der Weinstadel in der Burgstraße 5 ist eines der ältesten noch erhaltenen Häuser Münchens. Das Gebäude ist als Baudenkmal in die bayerische Denkmalliste eingetragen. Das 1525 erbaute gotische Bürgerhaus wurde durch den Stadtmaurermeister Hans Ehrenhofer der ältere 1551 bis 1552 zum Stadtschreiberhaus umgebaut. Reste des Laubenhofes und des Treppenturms, die ursprünglich zum städtischen Weinstadel der Dienerstraße gehörten, blieben dabei erhalten. Hans Mählich bemalte 1552 die Fassade. Von 1552 bis 1612 war im Gebäude die Stadtschreiberei untergebracht. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude 1944 schwer beschädigt und 1951 durch Siegfried Schmecher wieder instand gesetzt. 1962 bis 1963 wurde die Fassadenmalerei restauriert. 1990 auf 1991 erfolgte ein erneuter Umbau des Innenraums. Im Innenraum befindet sich der letzte gotische Treppenturm mit Schnecke in München. Im Innenraum befindet sich der letzte Go-Nole am 2052 Lapen. Ich lese auf den letzten configuren. Nicht auf dich, wenn es um 7-1-2-1 zum Stadtschreiberei ist. Was benötigt? Und wir haben einen meinen